Hi, hier ist wieder der Senseless Survivor. Ich freue mich, dass ihr reinschaut und sage herzlich willkommen. Gestern war ich wieder mit meinem Lieblingsbiest unterwegs und wir haben One-Shot gezockt. Einer meiner Lieblingsmodi in Fortnite, weil man auch als Solo- oder Tourspieler recht gute Chancen hat. Was erwartet euch also in diesem Video? Zwei epische Siege und eine tödliche Jagd auf Schneemänner. Nun aber los und viel Spaß beim Anschauen. Bis dann! Und ich habe keine Metz. Jetzt musst du bauen. Was willst du bauen? Hier eine Wand? Ja. Boah, wie soll ich jetzt kämpfen an den Metz? Alter, warum machst du keine Metz? Ja, ich bin zu dumm. Die ganze Zeit nur dumm, ich meinst, hier. Oh, ich bin zu dumm, ich bin zu dumm. Ja. Da gehen wir auf den Berg. Wo ist der? Ich habe bald hoch. Nein, ich schneide mich, bitte, Kollege. Au, wie? Nein. Ich sehe ihn nicht. Ach, halb. Ey, da war noch einer. Das sind drei E-Tips. Pass auf hinter dir und vor dir. Ja, wir haben zuerst noch einen, gut. Mach voll schon mal auf, mach voll schon mal auf. Ja. Gut, sie sind auch reingegangen. Das heißt, du bist alleine da. Wenn sie auf dich schiessen oder so, dann probiere ich aufzuhauen. Schau hoch, vielleicht hieß du sie. Wow. Scheiße. Scheiße. Oh. Zunge. Nein. Oh. Ah. Scheiße. Hau auf mit Taschenriss. Nein, nein. Pass auf, Zunge. Oh. Oh. Scheiße. Noch 5 HP, Alter. Alter, geil. Ich fasse es nicht. Juhu. 5 HP? Ja. Fett. Wir sind beim Bound. Vor uns. Da sagt er mal eine Zahl. Ja, da. Sehr schön. Eins. Oh, gib mir die Heavy. Und der andere? Wir können uns als Busch verkämpfen. So. Sieht man das? Oh. Okay, ja, sieht man. Scheinbar ja. Hä, ich hab den Busch. Du bist dort? Ja, ich hab den Busch an. Ja. Schade, ey, dass ich mit der Zehnschüssigen nicht einmal getroffen hab. Oh, die sehen die Schüsse fliegen. Ich schieße dir nicht Büsche weg, Alter. Und bei dir warst du sofort tot. Das ist doch scheiße. Er. Ich gehe. Ja. Oh. Nein. Oh. 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 ja 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 beim grauen haus im lastwagen so gesagt ganz leicht doch ich komme mir prüfen habe es zog noch aber noch sehr schön noch einmal wo ja da hinter dem haus nein von ganz hinten es sind zwei na klar was ja dann noch jemand kommt ja so der kleinen ratten auch schade bist so der hässlichen schnee ja ich will die fettsecke erschießen da sind die schneemänner die sind so herrlich halt warte dicker da war einer Scheiße. Bleiben wir da. Runde nach unten. Ja, komm. Ja, nein. Komm. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. So, ganz liebe Grüße an euch und bis bald, euer Sensel Survivor.